Ja. Eieiei. Genau, ja. Was ist denn jetzt los? Ich schaue nur nach einer Position, bei der ich Sex haben würde. Alles gut. So. Genau. Okay. Hä? Ich bin grad ein bisschen da verzweifelt. Jungs, kann einer zu Ihnen eine Bombe geben oder so? Oh my god. Alles gut. Er hat einen Basketball...